So kann ich... Ja, du hast mein eigenes Geschick. Ja, kann sein. Aber es ist nicht so wichtig. Also machen wir jetzt einen WhatsApp-Kurs. Wie ist es? Ja, den Freitag. Wischen kann ich auch nicht. Vor allem nicht die Palmenblätter. Spöre schon, aber nicht die Palmenblätter. Hast du eigentlich noch Gras? Ja, schon ein wenig. Easy. Das ist ein Zöpfchen. Nein, nein. Nicht von dem. Das ist viel zu nass. Aha, eben. Nein, nein, ich habe noch. Ich komme nicht auch gerennen, wenn es nicht mehr ist. Dann muss ich heute fertig rüsten machen. Aha, das ist die zwei letzte Frösche. Ja. Ja. Dann muss ich auch noch die Blüten. Dann muss ich rennen. So, die Flasche hätte ich nie aufgemacht. Die Moderei im Einmesche, Bär. Kunststücke, kann ich auch übers Triggerette nicht ausdrücken. Äh, ausdrücken. Ja, warte schon lange. Waddup. Waddup. Ah, das ist unser jetzt. Etwas mit der Krümmt. Äh, ist gleich. Bingo. Ja, Stüderli, Brüderli. Satt du Mann. Ah, ja. Ist echt eine Senni. Wir haben vier abgemacht. Ja, ab den vier. Ab den vier. Das ist schon gut, wenn du dann viel wohnst. Ja, ja. Das hast du noch nicht gesehen. Weisst du, eben. Ja. Ja, aber. Ja, das tut jetzt ein wenig. Überventilieren. Ich habe Angst. Ich mache dir dort Party. Äh. Und baden zu viel. Nein, es geht einfach ums Absprechen. Weil ich möchte nicht dort einziehen. In diesem Sinne. Einfach vielleicht über die Wochenende. Aber sonst muss ich die Begleitung. Ich bin ja die Mutter. Auf meinem Hochbett. Ja. Das ist meine Situation. Aber so vielleicht ein viel längeres Wochenende. Jetzt nicht. Wo ich mich abkapseln. Ja. Wo sie mich nicht finden. Weil da bei dir. Du weisst ja, dass ich alles da bin. Dann soll sie nicht hochnehmen, wenn ich nicht da bin. Wenn etwas passiert ist oder so. Ja, hast du. Dann kannst du ein bisschen köklen. Ich bringe dir schon Zigaretten. Ja. Aber es bleibt zu viel. Nein. Wegen dem Zug. Ich habe kein Halbdags. Also wenn du ihn kannst. Ich bin jetzt bei Ulrich. Ja. Die haben manchmal überbelebt. Und wie gesagt. Es ist schlechterer Service. Im Ernst. Im Ernst. Ja. Ja. Vor 10 Jahren. Das hat sich geändert. Ja. Das ist ganz anders. Und dann war es ein Hotel. Jetzt ist es ein Geck. Das ist super. Ja. Das ist vorbei. Das gibt es nicht mehr so. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Ich bin jetzt mit dem März. Ich bin dann. Ich bin jetzt noch 10 oder 12 Jahreürge fit. Und man hat mir gesagt. Ich habe es noch nicht. Und er hat gesagt. Zu Hause nicht. Ich komme nicht mehr. Ja, Moment, aber sie ist jetzt der Straftag, was für sie in die Kiste geht? Ja, sie hat studiert und dann war sie auch Klopf. Ah, Klopf? Ja, ja. Die Bähnen? Die Bähnen. Ah, so. Die Bähnen. Die Bähnen. Ah, hat sie auch noch? Die Bähnen. Ach, was hat sie denn ein? Die Bähnen. Aber ich schon. Beides. Und deswegen habe ich die Alkohol im Unterschied, ob sie es gerade mischen müssen. Ja. Aber sie hatte schon den Stutz. Ah, so. Darum. Und dann ist sie flachgelegt und sie sagte, du möchtest du noch etwas kochen? Oh, oh, oh. Das war tagelang. Tagelang, oder? Ja, aber du möchtest ja gerne kochen. Was soll jetzt das Grämmen? Ja, die hätte doch nicht können. Jetzt hättest du vielleicht gescheitert. Ja, ich bin irgendwie so erinnert gewesen. Richtig. Kannst du dich erinnern? Aber du weisst, du bist eine Bauerntochter, oder? Ja, das sind ja nichts mit Bauer oder Nicht-Bauern zu tun. Ja. Sie waren nicht kochen und verlangt gemacht. Ja, das hat sie einfach gemacht. Nein. Was wichtig ist, dass sie Geld hat. Das war auch immer da. Ach, eben. Was ist das jetzt wichtig? Ja, weil sie mich echt noch geschissen hat. Auf Hall zu suchen. Ach, was? Ja, weil sie es hatten. Wer nimmt sie es noch dir? Nein, sie hat es einfach verbrannt. Ach, klar. Ich habe die Rente geholt. Nein, sie haben einfach die Alie schickt. Ach so! Ach, klar. Ich meine, nicht noch neben dran. Ach, klar. Ach, klar. Ach, klar. Ich habe alles verschwampt. Ach, klar. Ich bin nach Hause gegangen. Wie ihr sagen, jetzt ein paar Mal... Wo ist sie denn nach Hause zu sein? Ein paar Mal kochen in Bern. Aha. Ein paar gute Wochen. Ein paar Mal. Ein paar Mal. Und dann habe ich gesagt, Frau Binnen, ciao. Ach, also so. Dann ist er mir noch ein bisschen nachgelaufen. Ob ich ihn eben nicht noch mal besuchen hätte, ob ich ihn kochen hätte. Ja, ich habe das gedacht. Ja, ich habe das gedacht. Ja, voll. Was hast du gesagt, du... Fick dich. Ja, sie hatte ein bisschen andere. Ja, aber der konnte nicht kochen. Nein, der konnte nicht kochen. Okay. Oh. Oh, Boze Bug. Du arme Soll. Okay. Und dann ... Was? Warum? Äh ... Warum? Gibt es noch ein Nachher? Wichtig. Das ist nicht wichtig. Aha. Mit wem reden wir jetzt? Mit dem Pflänzli da? Ja. Hey, bist du schön Violet, mit einem gewissen Lichtspiegel? Hi, hi. Hol's noch mal hier raus? Ja, hi, hi, hi. Boztaner. Violet bis Himmelblaugim. Himmelblaugrau. Aber ich sehe etwas Graues. Fikolette. Ist es nicht Grau? Nein. Ein bisschen angesprochen. Nein. 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 Nein, nein, nein. Ja, ja, ist gut. Nicht zu viel Taubeln. Das nimmt der ganze Arztrap nicht. Du musst jetzt den Arzt dran lassen. Du musst ihn auch so gut schmecken. Ach Gott. Aha, stinken würde ich sagen. Ich werde rot. Sondern schläcken. Ja, genau. Hör auf. Plötzlich. Ah, noch mal schau. Jetzt ist es fertig. Jetzt ist es fertig. Ich habe noch 70 Minuten. Jetzt ist es fertig. Wir müssen noch einen rein. Guck mal, ist es fertig. Ja, ist gut. In 10 Minuten. Wenn die Sonne wieder kommt, der Luchsstärke 25, dann komme ich. Aber so nicht. Nein, nicht so schnell. Das Hör ist halb drei. Ah. 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 Du musst noch eine Stunde sagen. Aha. Ja, dann hast du das Öl nachher geschossen. Usni. Was? Usni. Was ist denn? Usni. Ja, ja. Ich sage, du hast voll ins Öl geschossen. Oder Benzin. Ich habe es gesehen. Und jetzt gehst du plötzlich hin. Vorher hast du noch raus wollen. Ja, ich bin auf Kommando. Du musst dich wieder jagen. Du musst die Kommandante auf Kommando. Ich bin da pünktlich. Um 2 Uhr. Komm mal. Jetzt bist du schon wieder eine halbe Stunde rumhudeln. Ja. Könnte ich auch noch ein Künkow mit Gras bringen. Ich habe keine. Genau. Könnte ich auch noch nichts zu mischen. Uff. Aber nicht mit Gras. Könnte ich mit Gras? Nein. Nein. Nein, nein. Ah. Es ist schon ein Stück gemessen. Ja, aber es ist ein Stück. Es ist wie überall so zugegeben. Grünes. Ich habe eine Katze gekennzeichnet. Moldi. Ja, blöd. Der heisst ja Mozart. Ganz ruhig. Blödsinn. Sie waren meine Nachbarn im Schlosser Gässlitz. Könnte ich eine Katze Mozart nennen? Ja, ja. Ganz gut. Das ist eine Blasphemie. Ja, ja. Das heisst... Wolfgang. Ja, Wolfgang. Mozart-Katz-Ausnahme. Das ist eine Blasphemie. Das heisst, der hat nur gejammeret. Weil Katze tun. Miaulen. Und dem sagen wir es. Giaulen. Oder ist das nicht so? Ja, die Frau Doktor hat mir auch eine Anstrengung gemacht. Wie? Und dann hat sie gesagt, du... Was ist das mit einer Katze? Hättet ihr einen neuen Namen, wenn das jetzt... Aha. Wegen Null. Wegen Null. Ja, klar. Die Küche hat sie Lena... Luna. Luna. Ja, ja. Lena. Lena. Ja, hat sie das jetzt umgeschrieben? Nein, das musst du auch. Im Pass hier. Das hat sie mir selbst umgeschrieben. Im Impfpass? Ja, dass sie dann auch im Computer-Set haben hat. Ah, ja. Das ist ja klar. Das ist registriert. Das zuerst... Also eigentlich ist es ein Twitter. Am ersten muss ich sagen. Nach Papier. Ist es ein Twitter. Gell? Du gehst heute in der Woche. Nein. Heute ist Freitag. Vorgestern in der Woche. Mit Woche. Jawohl. Aha. Also jetzt sind es nicht mehr sieben Tage. Jetzt sind es noch... Samstag, Sonntag, Mäntag, Deistag, fünf Tage. Mit Woche. In fünf Tagen. Das ist eine logische Rechnung. Sieben Tage hat eine Woche. Jetzt kommt es zuvor, wo man die Woche eingeteilt. Weil ich die Gewohnheit habe, weil wir alle die in Bern oben. Mit Woche ist wochenteilig. Also... Aha. Dann gehst du auf die Banken gehen. Ja, nicht wirklich. Ich habe das Halbtagsleben. Ich muss schon schauen, dass ich frühzeitig, wenn ich zum Fuß nur gehen kann, um 7 Uhr morgens laufen muss. Um 10 Uhr muss ich dort sein. Das gewinnt. Vielleicht arbeitet ihr dann? Ja, dann fahrt ihr schon. Ja, schon. Aber ich komme dann auch wieder nach Hause. Aber ich... Ah, voilà. Hitsche kitsche. Hitsche kitsche. Genau. Mit dem Traktor. Ich gebe dir ein bisschen Karton mit. Ich gebe dir ein bisschen Karton mit. Wolle ich anschreiben? Ja. Hurra, ich bin geimpft. Haha. Ich habe die Traktorprüfung auch. Das ist eben nicht sicher. Und dann sagt sie auch, Ah, auf Biel? Da bin ich wohl auch nicht mehr gekommen. Also. Also. Die Schönte Wagen mitnehmen. Und dann noch ein bisschen Dekorieren. Tschüss. Ja. Ja. Dass sie mal wieder braun ist. Tschüss. Und nicht der Gimeli Gelb. Oder zum Beispiel vor einem Kaffee. Bei Maxim oder so. Ja, was wäre es? Nein. Atomic. Atomic. So mit dem Schlauch über den Hab. Jetzt so wieder mal ein bisschen geschüttet. Was ist jetzt wieder? Was hast du jetzt gegen dich? Nichts. Nichts. Marc Sim. Das ist ein Geschenk. Marc Sim. Das ist ein Einweis. Marc Sim. Der, der es gemacht hat. Hast du kennst den Fluri? Den Markus. Markus Fluri. Toni. Der, der das Marc Sim hatte. Ja. Der. Markus Fluri. Ja. Jacky hat man ihn gesehen. Jacky. Der Jacky. Der das Sättchen war. Ah, du weisst es. Warte. Der ist verzogen. Gestorben. Ja. Ah, warte. Ich habe selbst vor einem halben Jahr auf Töffchen gesehen. Ja. Der ist gerne Töffchen gefahren. Ja. Er hat Chemotherapie gemacht. Ah, du, den habe ich einmal im Siti gesehen. Ja, dort war ein Stammkult. Ja. Und der hat mit dem Becher, nicht mit dem Becher, mit dem... René Gittol. Ja. In dieser Band heißt es ja Snowbrace. Ja, über 30 Jahre. Ja, also. Yellow Snow. Yellow Snow. Richtig. Ich schaue, man. Ich bin Marc seiner Zeitli jeden Tag gewesen. Und das war seine. Seine Gittol. Ja, also. Der ist gestorben vor zwei Wochen. Und der hat mich gerne gut eingeschaut. Abgekratzt, ja. Nein, er hätte sterben wollen, sozusagen. Ja, ja. Er hätte nicht mehr wollen. Ja, ja. Aber mit ihm wäre ich noch auf Thailand zu. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Die Haare geschnitten. Ja, gut. Die Haare sind einfach... Die sind doch gut zusammen gewesen. Ja, klar. Der Jacki und der... Was ist der Emmi da? Oder der Hördecker? Äh, seine dort. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Eine Kloppenklotz, ja. Oh, ja. Wie geht's echt denn? Der Döckli. Der Döckli. Der Döckli. Der Döckli. Der Döckli. Wie geht's denn? Aber ich war eine gute Gute. Ja, die hat euch zusammen gepasst. Die hat mir denke ich auch gerne gehabt. Ach Gott, jetzt noch dort durch. Ja, das ist ja ein Jahrgang. Er ist, glaube ich, eine 54er oder so. Ja, wir sind, glaube ich, gleich alt. Der Jacki. Der Jacki. Der ist ja ein gute Gute. Der Jacki. Ja, eben. Der hat das Leben genossen. Oh, ja. Oh, ja. Mal. Der hat zuletzt noch mit dem Dings gespielt. Eben mit dem Bege Reber, seinem Brunsch. Das ist gut möglich, ja. Mit dem... Das ist ein Tal. Wer? Der Reber? Ja, ein Reber. Ein Reber. Ein Bass. Ja, eben Bass, ja. Er hat um jeder Ecke gespielt. Einer Bass, ja. Ja, schon, aber... Aber vielleicht, der Bege hätte es nicht wirklich können. Oder so. Der Flury, der Marc, der Jacki spielt nicht mit jedem Bass. Aber logo. Ja, die ist ja auch schon. Ja, die ist ja auch schon. Ja, ja. Vollblut sind gut. Also Roma. Eienische. Ja. Ja. Und der Bege. Der Bege war ein sehr guter Schlagzeuger gewesen. Aha. Ein sehr guter, echt. Der hat mit dem... Koch, Schütz, Käppel... Ah, die Partie. Ja. Ja. Der Gutschatz. Der Koch und der Schütz, die haben Stipendien gehabt. Die haben auf New York dürfen. Die Stadt hat es zahlt. Die haben alles abgerannt. Die haben alles abgerannt. Ja, die haben ja recht, oder? Aber äh... Ja, nur, sie können noch spielen. Warum bin ich denn jetzt... Einer ist erkoren worden, hier auf New York zu gehen... Jammen? Haha. Sie haben sie auch... Vielleicht kommt es dann noch. Ich habe nicht dürfen. Was? Wir beginnen. Ja. Äh, äh, äh. Haben sie Angst vor mir? Äh, 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 äh. Die kulturpanalse Fritzen, Direktoren, ein paar Schasen da. Ja, das wird nicht gut. Ja, du. Ja, du. Ich kämpfe dafür. Ja, du. Ja, du. Da. Die Sonne kommt. Nein, also vergiss es. Ich habe gesagt, bei Sonne. Noch eine noch geben. Aber erst bei Sonne. Äh... Aber das Gemüte. Das Gemüte. Schau. Vom Tiefel. Der kommt sicher. Der kommt ja gleich. Der ist ja nicht der Tiefel, die Sonne. Aber mal. Sie sagen ja, der Lucifer hat auch Feuer. Und äh, im Feuer ist die Sonne. Und die Sonne besteht aus Sonnenfeuer. Und... Aber hoppla nur. Hoppla. Ja. Helium. Wieso... Wieso... Wieso willst du mich nicht verfeuern? Helium. Du willst uns... Du willst uns einfach... das Leben verkürzen? Nein, du... Schnellke. Ich habe es echt nicht gewusst. Ja, okay. Aber das vermute ich, ja. Aber äh... Ich bin echt... Ja. Ich bin auf Therapie. Aber es geht mir eigentlich nicht schlecht. Aber sonst ist es scheiss Dreck. Rosmarie. Richtig. Ja, wohl. Jawohl. Ja, wohl. Er... Ich bin tick. Er hatte sie schon gehabt seit, in den Jahren, ist die... Er, sie hat es über den Tag gemacht. Er hatte irgendwie einen Halbtagsjob... Genau, genau, genau. Weil er es zu leben hat. Ja, 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 ja. Und dann war noch andere, sprich, ihre Tochter. Im Mann waren ja. Ja, sprich, ihre Tochter. Sie war schon schwarz gewesen. Ich dachte, sie war ein kleines Schwein, es war so alt. Sie kennen ihn ja nie. Und sie hätt noch die genommen, aber sie hat es nicht mit mir haben. Ja, aber hallo. Nicht mit mir mehr. Sie warst die Hälfte so alt wie du, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, dass sie den Jack-Schein hatte, dass sie 16 war, das ist klar. Sie warst 30. Aha, ja, das war der Jack-Schein zweimal drin. Die hatte man schon drauf, so eine Erdung. Oh! Zum Glück wolltest du nicht vorher etwas machen. Du hörst noch den, der brennen müsste. Jetzt bist du rausgekommen, dass eine andere Stammkaste war. Oh Gott. Oh, sorry, Jacky, du erzählst uns, aber... In Ehre für dich, Jacky. Und die hat es nicht abgetrieben? Ja, warum auch? Was, warum auch? Wieso sollst du eine Brut abtreiben? Eine Brut? Die Menschheit ist da für Brut zu bruten. Ihr tut das nicht der Frau überlassen. Ja, aber das will ja eines auch. Und wenn sie wehen, manchmal wehen sie extra. Ja, vielleicht. Sie suchen nur den, der es dann noch zahlt. Darum machen sie es ja. Brut aufnehmen und austragen. Und dass sie nach 20 Jahre Sicherheit haben. Wenn du nicht bist. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist ein Spiel. Ja, das habe ich nie mitgemacht. Ja. Du, wirklich, nein. Schwenk oder so? Ja, schwenk. Okay, ja. Jacky. Dadaloup. Drei Frappatoires. Ja. Ja. Ja, ich habe drei Frauen von mir geholfen wollen. Aha. Ja. Ich bin dir nicht sicher. Nein. Sie haben dir den Gummi gelöchert. Genau, die Rosmarin. Und dann habe ich die Agile. 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 Der war Koch. Und der ist sehr viel im ... Ah, der hat dort ausgekauft, aber er war auch ein Trinker. Oh Gott. Der war auch zwei jünger als Janine. Die Junge. Ah, du hast dann den Namen. Und die Junge war ein Fass. Also ein Dickerchen. Ach. Aber ein Skysweep. Ja, das ist auch aus den Kopulationen von BGN, von Jacky und vom ... Wie heisst sie? Rosmarin. Ja, ja. Das waren korpulente Leute. Ja, ja. Das waren Bouchanger. Ja, ja. Und Bouchanger, das ist so ein bisschen ... Bouchanger. Bouchanger ist wie ... Ja, Bouchanger, ja. Das ist wie ... Ja, Bouchanger, ja. Ja. Gehen sie den Zucker holen? Ja, Bouchanger, ja, ja. Bouchanger, ja. Ja, Bouchanger. Ich bin Anseger. Ist das auch ein Zucker? Nein, das ist ja auch komisch. Wo die Podeten kommen. Und eben Bouchanger ist auch Bouchanger. Ja, Bouchanger. Ja, Bouchanger. Das ist klar. Wenn du Bouchanger mit Bieler City Leute kreuzest, dann gibt's nicht gut. Bouchanger können sich höchstens mit Metermarsch kreuzen. Ja, das sind alles Aussenquartiere von Bieler. Das geht nicht. Das geht nicht. Geil ist sie gewesen, aber kreuzdumm. Das darfst du jetzt auch nicht so sagen. Furtz blöd. Furtz kreuzdumm. Ja, dass sie auch Furtz hatte, ist ja klar, aber gerade blöd. Die Wussi hatte die Kabe ganz sicher. Aha. Und er hätte winken können. Mit der Lippe. Oh, Mimmi. Er hat auch den Sön gemacht. Aha. Und der Gerard. Der Gerard, der Gil, den kennst du auch. Ach du. Der ist Fasennächtel drin. Fasennächtel? Der Gerard. Ach du, ich meine, der Frau Gerard. Wischar. Wischar. Wischar ist ja so eigentlich... Wischar. 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 Der Koch gewährt. Okay, das sagen wir jetzt nicht. Er hat in einem Altersheim, der war gekauft. Okay. Also den gibt es noch. Wischar. 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 Der ist jetzt 40 Jahre alt. Ja, das geht auf in der Zeitrechnung. Ja, genau. Also in der Fensterrechnung. Oh, der. Und dann bin er ein paar Mal aufgeschwungen. Aber das sind Kinder von Jacky und Rosmarie. Das sind Kinder von denen. Ja, ja, ja. Zwei. Zwei. Die sind der Dio. Die sind der Dio. Mit dem Whisky zu essen. Und bald bist du noch gerade. Ja, ja. Aber sonst. Aber sonst. Ja, weisst du. Sonst Bier. Mach mal. Also im City Bar. In seiner Therapiestunde. Wischar. Wo er abends kam. Am Morgen ist er abends so in der Therapie da. In den letzten Jahren. In der letzten Zeit. Ja, ja. Bevor er gestorben ist. Vor einem Jahr. Opa. Er hat uns im City Bar. Er hat immer lange Blonde gemacht. Ja, aber die waren schon grau. Ja, er war eine Blonde. Ja, er war eine Blonde. Aber er hat sich ruzekal weg. Und dann. Das gibt es. Und dann sind sie aber wieder gekommen. Zu fein. Und dann. Jetzt ist er gestorben von zwei Wochen. Also. Mal ist er gestorben. Nicht verdeckt. Aber den gibt es auch noch. Ja, den gibt es noch. Der hatte aber auch Krebstherapie. Ja. Doch, doch. Ja, mit dem Gitol bin ich. Sag es nicht. Das gibt es noch. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Aber. Der ist. Der ist. Das war altkürz. Aber nur eins. Nummer eins. Der Gitol. Das kleine Bierli. Der Gitol hat es Atomik gehabt. Gründet. Ja. Gründet. Gründet. Mit seiner Frau. Ja, ja. Und die ist auch gestorben. Ja, ja. Aber schon vorher. Mit dem Rüebli zusammen. Mit dem Rüebli. Mit dem Rüebli. Der Rüebli. Wer ist jetzt der Rüebli? Der Rüebli. Den kennst du. Der Rüebli ist der Rüebli. 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 Aber dann sage ich darum. Kopferblätze. Kopferblätze. Sorry. Rüebli. Mit Kappnitsch. Aber der lebt ja noch. Der Rüebli. Der lebt ja noch. Der Rüebli. Ja, da habe ich nichts Falsches gesagt. Von letztem Geburt. In meinem Fall. Jacki. Ja, Jacki. Macht's gut. Ma ma. Der ist es. Der gibt uns ein Zeichen. Zeig uns ob man noch einen nehmen will oder nicht. Ja, ja schon. Ma ma. Ma ma. Mal den abklopfen. Ah, schau. Der hilft schon. Zunge schiebt. Uh. Ja, ja. Ha 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 ha. Schulden. Dippakala. Mord. Kann ich auf Burgdorf? Ja, was habt ihr jetzt abgemacht? Und ihr soll nach vier hören? Nein. Wie und warum? Wie und warum? Wie und warum? Gramschen. Nicht Gramschen. Boah. Wie und warum? Ist die Frage von mir. Weil es ja mir nicht reicht. Budgetmässig. Ich werde darum auch mitkommen. Ja, ja. Der Studi hat etwas erwähnt. Der Studi hat etwas erwähnt. Der Studi hat etwas erwähnt. Kein Todes. Kann ich reden? Der Studi hat erwähnt, dass er den Röbi akkribidieren will. Der Röbi. Äh, der Röbi. Der Röbi. Gible. Hat er gesagt, vielleicht mit dem Auto. So. 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 Mit dem Röbi. So. 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 Er hat noch einen Satz gefunden. Und den habe ich gefunden, als ich erkannt war, da zu Leiss aussen. Mit dem Semi. Weisst du, in der Militärausstellung... Gut, gut, von hinten. Du musst dort noch die Flut putzen. Ja, das Blut! Wichsen, das sieht niemand mehr. Das Blut! Von der Tubenhühne! Von der Tubenhühne! Tubenhühne! Ich sehe es! Hier! Ich habe das Gefühl mit! Ich muss nicht alle nur sagen. Du hast das Ding so gezeigt. Warte jetzt, scheisse. Wie heisst es jetzt, die Herzige? Nein, nein, nein. So eine Herzige. Aber wo sind wir? Karin, Urfer, schreib es jetzt auf auf deinem intelligenten Büchle. Dort ist noch die Nummer drin, weil du hast eh schon nicht gespeichert. Ich weiss nicht, wie sie hast du gemacht. Und so. Karin, Urfer. Whatsapp. Dort hat er es geschickt. Ich habe mir gedacht, etwas Freches zu schicken. Natürlich! Sie hat jetzt zweieinhalb Wochen ihre Freundin von England gepflegt, wo der Mann dort ab ist und sie ist geredet. Und jetzt ist es... Ja, sie hilft überall, was sie kann. Anstatt sich selber helfen. Die zwei... Darum habe ich mit dem Kürrer Spatzig auch gesagt, ich habe ihm gesagt, er soll sie kontaktieren, warum sie sich nicht mehr melden. Vorher hat er vorgelesen, was sie gesagt hat. Einen Ungeleser hat angeklickt. Ja, von wem? Jetzt. Siehst du dort jetzt eine Nummer? 79, 64, 8, 64. Ja, das ist sie. Jetzt tust du das mal anklicken. Hä? Zeig, ich weiss nicht mehr. Oh Gott, das ist ein Zeichen. Wie tust du sie jetzt in Kontakten speichern? Kannst du das? Du, ich kippe die gerne rein. Hä? Natürlich. Ja, aber nicht so wie du. Ich weiss nicht, wie du kippst. Ja klar, hat sie ja schon... Ja klar. Aber es ist vielleicht jetzt besser. Nicht so viel kippen, weil sie ja in der Depression ist und zweimal in der Woche zum Psychiater geht, bis der Psychiater wieder einen Psychiater braucht. Das lockert du. Ja schon. Das ist Karin, der mir das Mittagessen gezahlt hat. Weisst du noch? Ich weiss welches, ich weiss welches. Ich tue jetzt eine Bikuti hinein. Ich glaube, die ist rasiert. Warum? Also ich hatte nichts mit ihr, weil... Aber sie wollte mit mir etwas haben. Sie ist ja Buchhalter von der Bero 8, die ihre Diamantstros ins Büro verkauft hätte. Du hättest immer nie Zeitung, wie Gänge, äh, sag schnell, der Zeiss zahlt. Sie hättest immer doppelt. Aber sie hättest immer geschliffen. Für dich. Ja, das hättest du. Ja, das nehme ich an. Sie hilft jedem. Wo sie denkt, er hilft dir auch, im mentalen Bereich. Sie hat eigentlich gewusst, dass du kein Geld hast. Und noch in der Biela... Wo bist du? Mit wem warst du noch in der Biela? Hast du da noch ein Atelier gelassen? Nein, ein Raum oder wo? Oh, ein riesen Teil. Ein riesen Teil. Nach zwei Jahren nicht mehr vermogen. Eben. Aber es war auch schön, der Chlorus. Ja, die Chlorus ist etwas anderes. Ja, sicher. Nachher habe ich dann auch ein Paar gemacht mit dem Gänge. Ja, 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 ist gut. Im Muge. Ja, ja, ja. Sussold. Nein, das ist... Ja, für... Das Afro-Paar habe ich gemacht. Ja. Mit der Inseln. Die Inseln. Nachher der Manuel. Der äh, der äh... Nein, das war der Afrikaner. Der Manuel. Ja, mit dem habe ich das vierte Jahr gearbeitet. Mit dem Manuel. Ja. Das war der Beizer, also der Cocktail-Shaker. Der hat... Ja, aber der hat mir auch... Emanuel. Ja, und der hat mir vorher geholfen. Ach nein, das ist nicht der Emanuel. Nee, das ist ein grosser... Portugies. Ja. Äh... Oder Spanier sogar. Nein, 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 von Port... Von äh... Der hat... Mosambik. Mosambik. Der hat immer Afrika... Portugieser Kolonie. Ja. Portugieser Kolonie. Mosambik. Emanuel hat einen gitz. Ein grosser... Ja. Nein, das ist... Nein, das ist... Genau, der hat... Der hat... Der hat diese Bar geleitet. Ja! Mit schönen, geilen, 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 aber geilen Fuzzifrauen... Afrikanas. Ja, oder... Ganas oder Genoas oder Ogotasuras. Ein kleinerer, ich bin von Mozambique, und ich habe den abgehäuft. Ok, ok, das weiss ich nicht. Und dann hat er mir die Bar gebaut. Ja, das ist so eine Ecke, Zeug und Zeug und Zwecke. Ja, aber das ist... Ein Lange gemacht. Ein Lange aus Plastik. Das war das Hype. Das war ein kleinerer Raum. Das Afrika war voraussens. Ja, die Afro war der, als ich dort gemacht habe. Wie ich denke, Afro-Schlangen gemacht. Es war eine Bar, die um die Säule gegangen. Die Säule? Ja. Das war das Hype. Und der hat den Cap gemacht. Ja, das war das Hype. Nachher. Die blaue Halle wurde das genannt. Ja, genau. Afrika war voraussens. Der Cap hatte ja so das Afrika-Kontinentenboden. Ja. Aufgemäuert. Und dort war der Emanuel. Ja, der ist nachher genau ins Hype gekommen. Weil das dort vorne zu gross war. Und der Tom Clore hat das für Reifes gebraucht. Genau. Auf alle Fälle habe ich dann... Weil das einen separaten Eingang hatte für Emanuel. Ja, ja, ja. Und was gekündelt? Und was gekündelt? Äh... Ich habe die Rosenkästle gefunden. Nein, nein, nein. Ich habe die Rosenkästle gefunden. Aha. Du hast gekündelt. Aber die Bar noch gemacht. Mhm. Und das war locker drei, vier Monate Mietzins gewesen. Ja. Zum Zahlen. Ja, zehn Monate. Ich verstehe. Fösser sie in Naturalien zahlt. Das ist gut. Also... Es ist vielleicht nicht ein fairer Handel, aber der Handel war. Die einzige Beatrice da gewesen. Ja. Karin. 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 Ja, das ist mit Erinnerung. Karin. Ich muss ihr das sagen. Du hast jetzt die Nummer. Was hast du jetzt übernommen? Du hast den Speichern unbedingt. Bitte. Also... Auf die Luppe. Warte, warte, warte. Neuer Kontakt, wo kommt das? Wollen wir anrufen? Nein. Okay. Stopp. Anhalten. Jetzt irgendwie... Karin zufügt. Ja. Gut. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Ja. Du bist wieder weg. Also ruft noch einmal an. Ja, ja, ja. Geht's? Ach Gott. Es ist nicht angekommen, sonst wird es angezeigt. Warte jetzt. Nein. Ja. Also. Hier oben, ja. Hier oben, ja. Hier oben, ja. Hier oben, da oben. Hier oben, da oben, hier oben. Kontakt hinzufügt. Ja, so. Neue. Neue, komm doch. Langsam. Wie können wir häuschen? Neuen Kontakt erstellen? Tag und jetzt. Name? Beatrice. Nein, Karin. Nein, ist es ein klusierer. Du weckst nicht auf. Nun muss ich mal die Handlung haben. Okay. Urfe. Orpund. Nein, die haben ja nicht. Sie haben ja nicht die Würstchen geschickt. Ahhhh. Ja, mir wurscht. Urfe. Orpund. Sie will nicht Orpung, aber das ist der Bezug. Das ist ein Orpunderer. Eine Landfrau. Hat gerne Tiere. Vor allem Katzen. Sie pflegt auch alte Katzen. Was? Die hat Moldi übernommen? Ja, wo es schlecht geht. Pensioniert ist. Voll hat wie nicht. Urfe. Das ist mir gleich. Was hast du jetzt geschrieben? Wenn du gerne Moldis hast. Ich will wissen, dass du es geschrieben hast. Ich bin gerne Moldis. Der Moldi. Oder der Noudi. Der Moldi oder der Noudi. Der Moldi ist lecker. Oder der Noudi. Blecker. Ich kann mir das sagen, wie sie hat. Ich weiss, du bist der Krieg und der Schnitzer. Die kennt dich die Namen. Christiane Reiter. Sie hat Protokoll geführt in der Buchhaltung von dort. Ja, aber dann sicher. Und dann von dem Protektino. Wie viele Mannbriefe hat sie abgefangen und hat sie nicht durchgegangen. Jetzt müssen wir da. Ja, wir müssen wir da. Kalin. Du. Könntest du zu einem WhatsApp? Ja, du bist ja nicht mit. Mal. Tut das nicht? Nein, das ist mir. Eben, jetzt suchst. Nein, geh jetzt in die Kontakte. Rausen da. Rausen. Rausen. Jetzt sind deine Kontakte. Suchen. Jetzt hast du ja voll gespiegelt. Du musst einfach ein Ding andrücken. Kalin. Orfer. Moldischlein. Fliizanto Domingo. Ist das nicht. Fussteam von 10. Das ist mir Wurst. F3. Fehler. F3. Such jetzt die Kalin. Kalin. Urfer. Dann tippst du dir das an. Dann sagst du, ob sie das WhatsApp aufgeschaltet hat für dich. Ja. Nein. Der Jerry kommt morgen auch noch. Was? Ja, morgen geht es nicht. Nein. Einfach das nicht. Zeig. Ich muss es sehen. Figulette. Also. Du hast es nicht anliegt. Nein, aber nur. Auf WhatsApp. Das wäre hier. Nein, zeig mal. Okay, stopp. Also, raus. Jetzt gehen wir hier. Wenn wir sechs Seiten anschauen. Kalin. Aha, gut. Jetzt kommst du da. Aber jetzt gibst Kalin ein. Vielleicht übernimmt es. Jetzt suchst Kalin. 654, 68, 64, 54. Das ist sie. Zeig, 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 zeig. Warum heisst er bei Bachi? Weil. Ja, genau. Jetzt bist du im Suchen. Entschuldigung. Jetzt bist du im Suchen. Entschuldigung. Entschuldigung. Im Suchen. Da. Du bist ja da. Ja, draufgetippen. Kalin schreiben. Kalin schreiben. Was kommt? Mhm. Ich tue jetzt eine grosse Karte. Ja, viel. Schon jetzt eine kleine. Ja, mal. Es ist nicht so gross. Kalin hoch. Mhm. Zeig, ich will es schauen. Wo? Eben. Jetzt. Das ist sie. Äh, Kontakte. Was heisst? Ansehen. Nein, äh. Mehr Atem. Nein. Ist gut. Äh. Warte. Jetzt ist es wieder weg. Langsam. Kalin. K. Urfer. Äh. Ich bin gerade nicht da. Kontakte hinzu. Äh. Äh. Mhm. Mhm. Es ist ja ein T-Shirt drin. Mhm. Geht immer raus. Oder meinst du? Ja. Mhm. Ist es okay jetzt raus? Warte. Aber das ist nicht da. Nein. Ich rufe den nicht an. Aber das ist eigentlich da drin. Ja. Äh. Ich rufe den voll. Äh. Äh. Es ist ja nicht gut. Du lebst nicht. Also das ist ja etwas. Ein neues Lindtuch habe ich auch. Ja. Ein Fix habe ich auch. Ein neues. Sowieso ein neues Spannen. Alles rausschliessen. Ist ja gut. Ja. Ein gutes Auto. Jetzt habe ich doch dort noch. Magina gesehen. Jetzt habe ich eine Smiley geschickt. Smiley. Mhm. Und wenn sie sie direkt an nimmt, hat sie dich auch. Dann fragt sie dich, wer du bist. Das ist eben WhatsApp. Aber du hast es jetzt drin. Äh. Sie muss zuerst darauf antworten. Mhm. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir es zu tun. Ja, jetzt kannst du es tun. Ja, ja. 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 Das ist eben WhatsApp. Da kannst du nachher... Die, die du nicht willst, die nimmst gar nicht. Und die, die du willst, die... Die... Die, die weiterfahren. Das ist eben nicht Facebook. Die Lena muss immer... Die Lena muss immer... Die Lena muss immer... Noch ins WhatsApp holen? Nein. Die ist drauf. Ich weiss nicht warum. Aber ich... Eben die Kunststudentin. Ah. Ich weiss nicht von... In welcher... Zeit und so. Das weiss ich auch nicht. Das weiss ich auch nicht. Das weiss ich auch nicht. Ja, das weiss ich auch nicht. Wenn du nicht weisst, weiss ich auch nicht. Vielleicht... Ich suche auch noch von diesem Landort oben. Das ist eigentlich... Drei. Es ist drei und die Sonne ist weg. Aber... Ja. Einen Basteln muss ich einen machen. Wirklich Gras mit. Nein. Jetzt mache ich einen... Noch... Äh... Haschisch. Weil wir haben noch ein bisschen den. Das gibt bessere Inspiration. Easy. Easy. Ich habe das will gehabt. Mit 20. Ja. Voila. Oh Gott. Eben, was ist noch gewesen? Ja. Ja, ja. Am vierten kommt der Semmi. Oder ab der Vieren. Mhm. Und dann müsste ich zementieren. Mhm. Aber er muss ja zuerst noch den Zement holen. Oder wer? Ja. 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 Er zahlt ja schon. Aber dann musst du ja warten aufnehmen. Ja. Ja. Er zahlt ja eh so oder so. Der Zement. Ja. Ja. Aber Verlauer hat er nicht das Ticket. Das muss er haben. Wenn ihr nachher so eine Rechnung stellen könnt. Renovationsraten für seine Gezüge. Die zahlen aus. Ja. Die zahlen aus. Die müssen das zahlen. Ich befüllen sie. Mhm. Ja. Wie schitt. Die Stubenflüge sind wieder im Angriff. Ja. Die letzte. Ja. Was sagst du? Und Luna? Luna? Ja. Ja. Ja, aber das ist nicht normal. Eine Katze, die den ganzen Tag pennen. Das ist nicht normal. Von der Schotterzeit. Von der Tür. Mhm. Ich kann nicht. Ich kann nicht einfach gut hier verruhen. Ich könnte nicht nur die Strafaufgabe hier. Oh. Und die. Ja, ich kann nicht nur die Strafaufgabe hier kregen. Aha. Ja. Nur die Klappe. Ach so. Und die Klappe. Die Klappe schießen, die Klappe schießen. Und die Klappe schießen. Und die Klappe schießen. Und die Klappe schießen. Die Haare. Ja? Wofür sagen. Was? Strafaufgabe. Eben, wann geht ihr los, morgen? Morgen, Urgläufe, wann geht ihr los? Am 7. Morgen, auch cool. Ah, am Nachmittag um 5 Uhr wird der Rest dort sein. Wir haben mit dem Peslu um 5 Uhr abgemacht. Ja, genau. Und dann kann ich nur eine halbe Stunde weg, weil wenn der Laden wird. Also den Laden, den wir dann mal zusammen... Wir gehen mal zusammen alleine. Ja, aber... Zuerst musst du geimpft sein und dann können wir ein Hund machen. Was soll jetzt das? Wir könnten schon mal ein Hund machen. Im Moment ist es nicht gut. Aha. Ja, ich habe gerade eine Überlegung gemacht. Ich komme mit bis auf Bern. Und in Bern, am 5 Uhr am Abend, am 7 Uhr, ist das Bundeshaus mit leichter Zeug und so. Das ist alles noch im Prozidenant. Aha. Ich spüre, dass das reicht. Ich spüre, dass das reicht. Ich spüre. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, ein leuchter Bundeshütter. Ja. Das ist interessant. Ja, ich weiss. Das hast du schon erlebt vor zwei Jahren. Das ist eine ziemlich bekannter Größe. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber immer. Und dann bin ich auch näher beim Regionalfremdnis. Ich spüre. Ich spüre. Ja, du wirst sehen, morgen wirst du dich absagen. Ja, aber was nutzt das denn dort hier? Ja. Abwechslung. Aus dem Alltagstrott aus. Von hier. Hier wird ja nur belästigend. Ja. Wir können nicht sagen, wir machen hier. Ja. Ja, eben. Die ist hier. Ja. Die arme Launa. Ja. Wird wieder zwei Tage. Zwei Tage hunger. Dass ich nichts zu fressen bekomme. Weil der alte ab ist und nicht nach Hause kommt. Das Gango. Nichts hier. Nichts hier. Schmeckt. Ich kann sehen. Nein! Ich kann sehen. Kann ich schon sagen. Nein, du kannst nichts. Kann ich schon sagen. Ich kann ja schon sagen. Ich tue den Fäuss an ihn gut schaue. Ja, sehr. Ich kenne das immer. Ich kenne das manchmal auch noch die Kaste. Für das Mal zu streichen. Ja. Für das Mal zu streichen. Ja, für das Mal zu streichen. Ja, das kann auch sein, weil das ist so englisch, englisch-style. Ja, ja. Meine Freundin will ja das Land haben. Wenn du der Mann bist. Oh, du bist doch bei uns. Du! Wenn man das ankennen würde. Ja, natürlich. Ah, ich hab auch, wirst du nicht, du wirst. Männisch, wirst du. Oh, ich hab auch die Wäsche. Ich hab auch die Wäsche jetzt.